7. Dezember Ein Schiff Es war vor über tausend Jahren. Da kam ein großes Schiff gefahren. In Myra gab's ne Hungersnot. Im Schiff war Weizen drin für Brot. Doch die Matrosen dort an Deck Jagten die Menschenmenge weg. Verschwindet, könnt ihr euch nicht denken? Kein einzig Korn wollen wir verschenken. Und wer kein Geld und Gold uns gibt, der macht sich hier nur unbeliebt. Da sprach der Bischof dieser Stadt. Helft uns und alle werden satt. Gebt uns einen Teil, ich bitte euch. Nur teilen macht uns wirklich reich. Vom Wunder, das wir hier erfahren, erzählt man noch nach tausend Jahren. och an